Ich bin ungelungen vor drei Sekunden wach geworden. Ich habe noch keinen Nasenspray genug. Meine Nase ist noch komplett zu. Ich weiß auch gar nicht, ob noch was drin ist. Ich muss auf jeden Fall in die Apotheke. Guckt euch das mal an. Danke für das schöne Wetter. Ich habe auch gerade schon wieder ein Kompliment bekommen. Wenn ich so mega gestylt bin. Die schönen Adiletten. Dazu dann noch die... Die Waden können wir mal zeigen. Dazu dann noch die schönen Pumastrümpfe. Das ist Gran Canaria Style. So. Ich sehe wieder aus wie ein Mensch. Geduscht. Gestalt. Es wird jetzt immer noch schön. Wir fahren gleich zu so einem Berg. Es soll richtig schön sein. Machen wir ein paar Fotos. Ich bin gespannt wie es so aussieht. Es ist einfach so schön hier Leute. Wir fahren jetzt zu einem Felsen. Da ist ein riesen Loch drin. Es ist sehr schön um Fotos zu machen. Und das ganze gucken wir uns jetzt mal an. Ich hoffe Tobi passt in das Loch. Klingt komisch. Weiß ich was meinst. Das ist übrigens der Berg der mich morgens immer killt. Hier gehst du dann zu Fuß. Das ist eine ganz schöne Steigung. Und hier walkt der Tobi dann morgens immer hoch. Hast du deine Hunde heute wieder gekochen? Deine Freunde? Ne, die beide nicht. Aber hier sind noch zwei andere. Die sind auch ganz cool. Sind die mitgelaufen? Ne, die sind Gott sei Dank eingesperrt. Aber das war cool. Sie fliehst du sympathisch aus. Hab ich deine Insta-Story gesehen, wie du da am Walken warst und dann auch zwei Hunde mitgelaufen sind. Leute guckt euch mal die Strecke an. Also für Radfahrer oder auch für Inlandskater oder auch für Jogger schon. Oder in dem Fall auch für Tobi, der Walker. Walker der Texels Ranger. Kann man hier echt gut machen. Da kommt ein Fahrradfahrer. Der fährt aber auch so mitten auf der, oder die fährt dann mitten auf der Straße. Ist auch nicht verkehrt. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Langsam, langsam, langsam. Hier shooten wir gleich. Das geht auf jeden Fall steil hier runter. Das sieht in der Cam gar nicht so aus. Oha. Ich muss mal ein Stück zurück gehen. Das sieht echt heftig aus. Meine neue Sporttasche. So. Ich weiß nicht, ich glaube das kommt in der Cam. Also wenn ich hier durch gucke, sieht das nicht so aus, wie wenn man hier runter guckt. Das geht auf einmal komplett steil runter. Ich bin ehrlich, wenn ich länger runter gucke, fühle ich mich nicht wohl. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Und wenn ich das jetzt auch gerade sehe, dann... Entspann dich. Ja. Weil umso mehr man Angst hat, umso wackeliger wird man. Das Ding ist, ich darf nicht runter gucken. Ich habe auch so ein bisschen Höhenangst. Das geht richtig steil runter. Wenn du hier einmal ins Rutsche kommst, bist du weg. Das war's. Also es ist jetzt nicht so... Wie gesagt, ich weiß nicht. Genau, Respekt auf jeden Fall ist wichtig. Aber Angst ist immer so ein Ding, wo man dann immer so... Aber ich muss das mal filmen, ich komme nicht drauf klar. Ich habe gerade mit den Schuhen ein bisschen Angst gehabt. Konrad, die alte Maschine läuft hier tatsächlich mit Flip Flops hoch. Easy. Ganz, ganz easy. Verrückter Typ, du. Ich weiß nicht, wenn sowas höher angeht... Nein, sag das nicht. Das Problem ist, du pflanzt deinen Kopf immer wieder... Immer dieses Negatives. Wenn man jetzt redet einmal... Wenn ich geradeaus gucke, dann geht's. Genau. Und was siehst du? Wie weit man gucken kann, ne? Ist das nicht krass? Genau für sowas sind wir im Mund. Ja. Um zu gucken, in die Weite zu schauen und so. Das ist Meditation. Einfach sich hier... Hier mal eine Stunde in sich hinsetzen und einfach nichts machen. So. Was geht, was geht, was geht. Das Wetter ist schön, die Laune ist da. Wir sind am Strand, suchen uns jetzt ein Restaurant. Essen was, schmieden uns noch einen kleinen Plan für heute. Was wir auf jeden Fall machen, wir werden noch am Strand schießen. Ja, guckt euch das mal an. Ich bin froh, wenn wir wieder in Bärse sind, dass wir hier nicht wohnen so. Ja, aber so tagsüber kann man sich das geben, ne? Ja, kann man definitiv. Leute, was so 20 Grad ist, es ist richtig warm. Also meine Haut brennt. Das sind keine 20 Grad wie bei uns. Die Leute, man kann hier zum Strand gehen. Weil man muss ja eins sagen, in Berlin ist gerade minus 10 Grad und in Göttingen. Ja. Ja, 20 Grad relativieren sich dadurch noch mal massiv nach oben. Auf jeden Fall. Wir haben Temperaturschwankung, also ohne Temperatur unterschiedlich von 30 Grad. Das ist auch gar nicht so gesund. Also wenn wir jetzt wieder in Deutschland ankommen, sollten wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Weil ich Vitamin 10 ballert. So, ich habe mir eben eine Brille gekauft. Ich habe es davor schon gesagt. Ich brauche eine Brille und hier am Strand laufen ja tausende rum. Tausende Brothers. Brauchst du eine Brille, brauchst du eine Brille, brauchst du eine Uhr. Ich brauche wirklich eine Brille. Entschuldigen Sie, eine No-Name-Brille-Smoothie und Shooting. Cornelia hat sie mir empfohlen. Sie steht mir. Sie ist so geil. Sie ist so mega rock'n'roll. Deshalb habe ich sie mir gekauft. Conny, meinst du? Meinst du, ich habe eine Garantie bei dir? Ist es kaputt gegangen? Ja, die war kaputt. Die saß schon schief, aber ich habe es nicht gemacht. Aber ganz leicht. Wenn du es so ein bisschen auseinander drückst, links. Hier, hier. Du musst sofort den... Das macht ja. Das tauscht ja auch rum. Ja, aber... Bruder! Es ist kaputt, Bruder. Ist es kaputt? Ja. Ja, kaputt. Kein Problem. Da. Willst du die Veränderung? Ja, knapp. Oh, guck mal. Ich kriege sogar die Brille umbetauscht. Ja. Danke, Bruder. Hier haben wir einen? Ja. Die gleiche? Ja. Oh, okay. Er ist cool, er tauscht dir echt mit uns. Ja, ist das geil. Er kann nicht machen mit. Ja? Ja. Okay. Danke schön. Er verkauft die E. Die andere, die kaputte verkauft die E. An jemanden weiter, der es nicht merkt. Okay. Super, thank you. Danke. Sehr nett. So, ich bin wieder ausgestattet. Tobi hat gerade ein Shooting. Und natürlich gucken da die ganzen Jungs und die Leute drehen sich um und gucken mehrmals hin. Aber da muss man professionell bleiben. Das darf einen auch gar nicht stören. Das ist ganz im Gegenteil. Ich finde das sogar gut. Mir macht das gar nichts. Und Tobi macht das auch richtig gut, macht das sehr professionell. Ja. Heute wieder Flechten und Fahrspülkorni? Ja, aber voll. Wie war das Samstag? Oha. Ja, hier sieht's. Läuft. So, das ist mein heutiger Einkauf. Salat, Vollkorntoast, Hähnchenwurst, Käse, Bananen, Hähnchen, Riegel, eine Pizza, Süßkartoffeln, Zwiebeln, Monster, eine Flasche Wein und eine Coke Zero. Yes. Der Tobi macht hier auch gerade was fertig. Ich werde mir jetzt vor dem Gym auch nochmal Kreatin, Citrullin und Aloicin anmischen. Genau. Durch 7-8 Gramm Kreatin, dann das gleiche auch nochmal in Citrullin und Aloicin. Wir sind jetzt hier im Gym vom Karsten und seiner Frau. Das ist das Home-Gym von den beiden. Und es ist wirklich alles da. Ja. Man kann nicht trainieren. Ich zeig euch das mal. Also. Das ist der Tobi. Genau. Für Personal Training. Das ist nur ein Home-Gym. Genau. Wie Tobi ja schon sagt, für Personal Training. Schaut mal hier. Sehr schön. Kurz Zeit bis 55 Kilo. Alles da. Ja, da kann man mal sehen, wie die beiden den Sport lieben. Es ist echt ein Luxus, so ein eigenes Gym zu haben. Dann hat man hier auch noch mal. Die kommen auch noch an die Wand. Wir sind gerade noch so ein bisschen am Einrichten. Jetzt geht es mit dem Droning los, jetzt geht es mit dem Training los. Triceps am Start, würde ich mal sagen. Es ist freigeschaltet, aber noch nicht aufgepumpt. Wir pumpen jetzt ein bisschen Schulter, Trizeps und dann machen wir noch ein bisschen Bauch. Was geht, was geht, was geht. Was geht, was geht, was geht. Wie man sehen kann, ist jetzt nicht der klassische Griff. Warum hast du dich für den Griff entschieden, Konrad? Genau. Weniger Rotation im Schultergelenke? Genau. Dadurch weniger Schulterschmerzen, wenn man schon um eine Belastung hat. Wo kannst du ein bisschen tiefer gehen und ein bisschen besser reingehen? Genau, sehr schön. Und kannst du auch noch besser zenteln? Ja, mach ich auch ganz oft. Genau. Fühlt sich für mich ein bisschen natürlicher an. Es ist ein bisschen schwerer zu kontrollieren, aber... Ja. Leute, das sind doch mal Schultern. Das muss ich doch mal sehen lassen. Könntest du bitte mal auf meine neuen Schulter finden? Original. Originale. Habe ich mir heute ansehen lassen am Strand. Und, wie tragen sie sich? Ganz ehrlich, sind weich diese Filme. Die sind gut gefälscht. Die sind gut gefälscht, sagen wir es mal so. Damit bist du der King von Göttingen. Auf jeden Fall, Mann. Ordentlich, Alter. Na komm. Na komm. Die sind gut gefälscht. Die sind gut gefälscht. So, wieder angekommen bei uns in der Finca. Ja, gerade schön trainiert. Schöne Bilder gemacht. Tobi ist schon fertig mit dem Kochen. Er hat immer gut vorgekocht. Ja. Was gibt es für dich heute, Tobi? Eigentlich wie gewohnt. Ich esse nach dem Training immer Apfelmus. Eigentlich esse ich Apfelmark. Ja. Gibt sie auf der Insel leider nicht. Deswegen esse ich Apfelmus gezuckert. Das kann ich dann auch ab. Bisschen Reis. Und meine Minutensteaks. Jawoll. Nicht ideal die Minutensteaks, muss ich sagen. Normalerweise ist die Hüftsteak. Das ist wirklich schön wafflig. Das hier ist echt schnell. Sind sehr dünn auch und sehr zäh, ne? Ja. Obwohl das Fleisch so... Schuhsohle, ne? Trotzdem guten Hunger. Ich danke dir. Gerne, gerne. So. Weiter geht es bei mir. Hähnchen, ein bisschen Reis noch. Gemüse. Ja. Dann vielleicht noch einen kleinen Snack. Und dann geht es hoffentlich früh ins Bett. Wir sind echt früh auf immer. Und auch immer bis abends dann wach. Wie spät haben wir es jetzt, Tobi? Halb zwölf. Gerade genug. Halb zwölf. Also es ist bei euch jetzt halb eins. Ja. Ja. Ja, ja. Das heißt, um halb zwölf noch kochen, essen. Und das mache ich in Deutschland nicht. Aber geht auch nicht anders.